Mein zweiter Teil an dem Wochenende, der geht um den Keramik-Workshop. Da geht es um das GZ-Initial-Verblend-System. Das ist ein Keramik-System und da möchte ich mein Verblend-System vorstellen in der Implantat-Pothetik, Rot-Weiß-Ästhetik. Das ist für alle, die mit Keramik arbeiten, also nicht nur mit einer GZ-Keramik, sondern auch mit allen anderen Keramiken. Ich möchte Ihnen zeigen, wie mein Schichtkonzept funktioniert und wie welche Massen angewendet werden. Das mache ich in einem Demo-Workshop, das heißt, ich zeige ganz viel. Sie können sich zurücklehnen, zu gucken und ich erkläre an verschiedenen Fallbeispielen, wie ich das herstelle. Wir werden das per Video übertragen, sodass auch viele Leute kommen können. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Vielen Dank. Bis Warnemünde. Tschüss.